Die Top-Spiele im heimischen Fußball werden präsentiert von PlanetWin365AT. Im Tiroler Fußball stehen die Nachtragsspiele und der TFV Kerstoffer Tirol Cup auf dem Programm. Am Samstag, 2. November um 14 Uhr empfängt der Esor Völz im Nachtragsspiel der UPC Tirol Liga den FC Kitzbühl. Gespielt wird auf dem Völzer Sportplatz. Im Achtelfinale des TFV Kerstoffer Tirol Cup kommt es am 2. November um 14 Uhr zum Spiel des Sportvereins Innsbruck gegen den SV Wörgl. Gespielt wird in der Wiesengasse. Der FC Wacker Innsbruck spielt in der Tipp 3 Bundesliga am 2. November um 19 Uhr gegen den SV Josko Ried. Spielort ist die Ohnesorgen Arena in Ried.